Moin Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Rennen nein heute mal äh Skriple I.O mit Shadow und Philipp Hi Moin und ja ich starte die Spiele ok macht das ja still round one also ich glaube nicht dran ja gut also sag ich mal oh my god äh ja also er kennt das aus der Schule man hat also ach scheiße ähm ein Moment bitte ähm wir haben sowas nein man hat ja das ist holen äh das hat ja Gummimärkig von oh nein das ist nicht so und dann schreibt mir da ja zum Beispiel ähm ah ok ich weiß und ja jetzt was schreibt man warte 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 wie nennt man die Karte wie nennt man die Karte ja 300 die Tat vor allen Dingen Edmund ähm das ist ein Verb ok wohl ne 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 das ist es ist ne Sportart ok oh god oh god Sportart warte warte das das ... ... ... ... ... ... wie heißt das ich erinnere mich an den film wie heißt es die die wenn sie sich bei sich Sport ich weiß er kommt an feindlichen er sei aber keine Ahnung r zu Karate Porta nicht an er weiß dass er die Städte an so dass er diesen Punkt digga vor allem den schalter hat er hat mehr punkt als ich es ist ich kann gar nicht mehr nee, noch water denk mal an rainbow um ja das kann man so gut aber rechts unten kann das erkennen äh das ist schief hey ist ein E-Trenner Ja. Hä? Bin ich dumm? Ähm... Kann er sich dummeln? Ja, aber ist das ihn aus wie einer? Ah, plus 270. Das kann ich mir komisch auf so was sagen. Ja, guck doch unten. Ja, guck doch mal wieder nicht. Das ist mal schön, oder? Die sind hier mal nie, sonst mal. Scheiß, Krieg. Nein. Was ist das? Also, man verwechselt es ganz leicht mit. Äh... 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 Ganz leicht mit den Gatings. Okay, hatte ich... Ich hatte das gestern schon das Wort. Warte, wartet. Ah, gestern? Scheiße. Scheiße. Ich kenn' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Äh... Ich hab' das. Warte, 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 warte. Kein Wort. Ich hab' das. Hetz war' das. Nicht mal gestern. Ja, aber ich hab' das. Jetzt kann ich besser. Oh, wo? Nein. Nein, 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 B und G am Ende. Ich hab tausend Satz. Ah ja, das wusste ich nicht. Das hast du gestern ja auch gemacht. Es ist das jetzt gleich. Sie sahen, dass er mit 70 Euro bekommt. Ja, denke ich, das sehe ich nicht. Du bist ein Punkt, die über mir kann. Kann ich endlich mal hier? Wann mal ich? Ah, ich hab' gehalten. 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 Warte, fuck. Ja. Nein, knapp dran. Ähm. Spaß, ich mach' nicht. Oh, fuck. Nein. Das hier soll Wasser sein. Okay, warte. Das ist Wasser sein. Und da ist halt ein Tier. Okay, da bin ich raus. Ich hab' mit Meeresziehen. Das ist kein Meerestier. Es geht zwischendurch, meins. Hi. 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 Ich hab' gehalten. Warte, es geht ein bisschen was durch? Es hat gerade gelegt. Es geht zwischendurch und zwar. So. Ah. Einmal nein. Das ist kein Minifern. Ach. Heavy close. Wie schreit man die scheiße? Ah, was? Ohne IE oder so. Ah. Ach. 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 Das ist easy, das musst du easy erraten, ja? Also, dass ich erratet, das ist traurig. Genau, du musst es erraten. Ich bin jetzt schon raus. Kann ich mir vorstellen? Ich merk schon. Nein, das ist keine Waschmaschine, so. Da steht zum Beispiel hier so. Was ist das? Was ist das? So, da steht zum Beispiel. Da steht hier zum Beispiel einfach. G, T, A, und das ist ein. Das ist ein. Digga, klar, keine Ahnung. Na, wenn ich schon sag, wenn G, A, das ist ein. Erstens ist es doch auch ein. Hä, Spiel. Was ist der, wie, Spiel? Nein. Nein, 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 nein. Es hat schon was zu spielen, das aber am Ende. Mal noch was hast du. Hä? Ich muss nicht, wie ich es richtig meint, sondern ich dachte, das kann ich einfach so und dann noch mit diesem Ding. Hä? Nein. Es ist ein Spiel. Videospiel, wer sagt Videospiel, wer sagt heutzutage Videospiel? Ich weiß es auch nicht. Entweder sagt man heutzutage Game oder Spiele. Okay, warte, das könnte schwer werden. Ich weiß nicht, scheißegal. Okay. Ja, Mensch. Okay, mal jetzt. Greta Thunberg. In Kölnerbahn. Sieg aus Siegst. Siegst. So. Geht's hier grad alles? Nur mehr Sex. Kragenliste schreibt man zusammen. Mir egal. Ja, what the f... Was steht da? Kills. Ach so, Kills. Das ist der... Man muss das so benutzen. Oh mein Gott, was? Oh, na. Was? Das gibt's in ganz alten Spielen. Wenn man so was Neues geschafft hat. Warte, warte, warte. Ich kann's nicht anders beschreiben. Mir fällt's gar nicht ein, warte. Ach, kann ich bleiben. Hey, au. Ich soll's eigentlich noch so mitnehmen. Eine kleine 3DS-Aute, das ist ja zu schwer zu machen. Okay, hier ist schon wieder vier Buchstaben, Digga. So, ich bin fertig. Spaß, Mann. Na, Hermann. Wow, 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 wow. Dafür krieg ich ja 150 Punkte mehr. Meier Spaß gesagt, hab ich aufgehört zu schreiben. Ja, ich hab's nicht gekriegt. Ja, ich hab's nicht gekriegt. Aber eben, das musst du auch wissen. Ich werde dir jetzt wahrscheinlich über Scheißen mal und juck mich aber nicht. Auch fuck. Digga, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich weiß, denk dich doch. Ich will nur so schwitzen. Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin in der berühmten Hauptstadt. Scheiß, ich hab's nicht gemacht. Ähm. Ich weiß nicht, wie mein Mann ist das. Ich habe ja keinen Grund, das war ja schon mal. Ja, ich bin. Ich hab's nicht gemacht. Hey, ich hab's nicht gemacht. Jörg. Ich hab' die Ahnung, wie man sich schmeckt. Achso. Es ist in einer französischen Stadt. Achso, so war's erst. Keine Ahnung, lieber. also ab 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 ich bin er ein die und die kreislichen er wird aber nicht mehr bei der ersten die was sind die Kanäle die wenn ich ein wenig als andere Wort war noch wiederholen was wiederholen wie soll man das war wiederholen holen nachschauen das war die siehnte ich habe wieder diesen Park das ist ganz alt mal die da ich bin das ist es der Schiller dieser Partie ist und waren die ganze Zeit ich mag die Städte sagt mich dass man abgab es ist die die Bühne es sind enthält er in den enden ich hoffe es war nicht so ähnliche Tränen immer so sein mein Gott was soll das sein Edmund hat sie ganz gut gesagt ja Prozent ich habe ja versprochen aber jetzt aber nicht bemerkt Oh mein Gott. Ey Leute, was brauchen wir, um Spiele zu spielen? Digga, halt einmal. Was brauchen wir, um Spiele zu spielen? Nein. Hä? Um Online-Spiele zu spielen. Benötigen wir... Nein, nicht eine App. Das ist was in real life, was wir benötigen. Das ist so ähnlich wie Internet. Neut, es heißt an. Ein Ru... Alles klar. Es ist hier so... Es hat ein N. Das hat hier so... Drei Spiele. Also es ist kein Router. Das ist kein Router. Nein, aber in was liegt der Router? Hä? Was ist das für die Scheiße? Der es hier gibt? Ja, hä? Nein, sag mir jetzt nicht. Oh mein Gott. Wie nennt man die Scheiße, Digga? Du musst den Bindestrich mitmachen. Oh wow, nee, wer nennt das? WLAN. Mit nur einem Bindestrich, das hat es noch nie mein Lieben. Noch nie. Also das hat geschenkte Punkte, Digga-Bau. Das ist mich letztendlich, Digga-Bau. Alter, ich hab keine Bock mehr. Nee. Okay, warte, ich hab ja alle kennen die Serien, ich hab aber gemacht. Nein, es ist nicht Homer. Ach, schade, ich dachte... Ich dachte auch, das Geld ist. Ach, warte, hä? Wer ist das? Wer ist das? Hä, ist das nicht? Warte. Ich weiß nur nicht, wie man die Scheiße schreibt, Digga. Es geht um die Person, die das ist. Boah, nee, da bin ich raus. Ich hab nie die Sitzung. Ja, nee, halt euer Maul, Digga. Digga. Wie heißt der Charakter? Der, ähm, Homer möchte ihn immer umbringen. Das ist richtig, aber nicht. Nee, da bin ich raus, ich weiß nicht, wer das ist. Ich hab auch nie die Sims ins geguckt. Er fängt mit Bär. Kannst du nicht Bart Sims? Bart Sims, Ding. Was sind Bart, der Schadet, mal dann Bart, den Digger. Ich werde so schwer maligen. Ich hab, ich hab den Typen gemalt. Den hat sie erkannt, den Zacken. Ich dachte, ich... Ja, was ist das? Warte mal. Was soll das jetzt werden? Was soll das jetzt werden? So warte. Ne. Hä? Was ist? Na Hundescheiße. Hä? Was ist das? Was ist ein Hund? Ein Hund ist ein? Ja, was ist ein Hund wohl? Ja, ihr wisst jetzt auch mal nachdenken. Ich weiß nicht, was ist das so schön leicht. Lebewesen. Lebewesen. Was will Lebewesen? Ja, Tier, Tier, jetzt Tier. Was ist das? Das ist Scheiße. Was ist, was macht Scheiße? Es. Hm. Und dann davon das adiktivieren und dann so. Hm. Das hier stinkt. Ja. Stinkt. Was? Stinkt. Ja. Wer denkt daran? Ja. Ich dachte auch gerade beim letzten Ding. Was ist das denn sonst? Scheiße, Digga. Das wird ja von Filmmaß genommen. Die haben wir gestern, Edmund. Hatten wir nicht. Doch. Nein. Gerd, ich mache auch. Ich mache. Ich denke mal an IQ. 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 Was? Was mit IQ? Was? 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 So erstmal, Digga. Ähm. Jetzt möchte ich gerade mal überlegen. Okay. Soll ich IQ. Ich gehe einfach nicht draufkomme, Digga. Lass sie mir einfach nicht draufkommen, Digga. Ich muss ihn wieder drauf. Ist IQ, ja? Und in was arbeitet es? Ja, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Hey. Da müsst ihr ja auch gleich so denken, Mars. Was los an der Stelle? ja ja bitte sagt dass ich mal die ganzen die BD der Berge hat ihn also man kann ja und wir kommen seit mir in Köln als ich ja schon über die Kommission das ist die Erwartung einer der Welt probiert hat zu wissen es gibt ja ein Programm Drucker. So. Und mit denen kann man was machen? Drucken. Man tut zum Beispiel, hier oben ist so ne Klappe, da tut man was rein, das tut man dann. Drucken. Ah, warte. So, ich hab das einfach ganz simpel gemacht, ja? Willst du rücken? Papierdrucker? Nimm das mal einfacher. Du hast einen Link und den kannst du... Oh! Check schnell. Der bist du ein Bezug, ein Link, kann man? Was? Link, kann man? Egal was kann man damit. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Du kommst an mir. Du kommst an mir. Du kommst an mir. Du kommst an mir. Okay, egal. Ja, komm ich. Ey, Leute. Tja. Das ist voll easy. Was ist das? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was ist das? Also das ist kein Bezug, bro. Wie ist das denn? Da muss ich ja... Entweder ein Cheese? Digga, das ist voll einfach. Was ist denn ein Cheese oder? Falschgeschrieben. Hä? Was kann man da... Also ich rast gleich auf dem Wasser. Digga. Es ist schön... Cheese? Burger. Die fielten eh. Also mit den eh fähig, digga nicht. BD. Ich hab schon so viele Punkte bekommen. Oh mein Gott. Ein Präsident von Amerikas gestorben. Wie heißt der? Oh, was mit... Oh, was damit? Ich hab doch nicht gestorben. Nein. Nachher, Obama. So. Und da war halt etwas sehr... Ah, okay, gut, danke. Edmund, ich denk an den Bin Laden. Ich weiß, aber... Ich komm mal nicht drauf. I am Bin Laden. Digga, hör auf, das kann ein Dings sein. Ich... Achso, doch, das ist der. Hast du grad geguckt, wie man ihn schreibt? Ja, Gott, aber... Ja, war... Nee, scheiße. Wer ist doch nicht tot, Google? Das war ja Fake Info. Er ist nicht tot. Digga, er hat doch 2014 regiert. Also, du fünf Punkte mehr hast als ihr. Ich hab das easy... Nee, ich hab die ganze Zeit... Äh, Dings, dieser Busch, der hat vor Osama regiert. Und das war auch bei 9-11. Ja, moin, keine Ahnung, ich hab von ihm nicht seit Jahren... Take call! Der wär so da so nicht erst so. Ach, komm, steht die Jungs so. Okay, du wärst so da so... Aber Philipp hat erraten. Komm, mach noch mal auf, drei Matches und dann... Spiel mir noch einmal. Ah, Philipp hat zu erraten. Ja, juck mich nicht, äh... Oh my God. Weil ja beide dummseitiger. Hehehe. Er glaub ich bei das... Die tosen Digga. Der neuer Chris-Wend kommt der auch nur bei der letzte Gestorben ist. Nicht so, dass es Neuwahlen gibt, oder so. So hätten wir die Kette aus GTA. Äh, das haben wir einmal hier so Ketten. Dann hat man hier so einen Führerhaut. Und dann hat man hier irgendwie so einen Schützweig. Und dann hat man hier vorne so eine... Oh, wie nennt man das? Okay, warte, okay. Das reicht, das reicht. Okay, gut. Nein, das reicht nicht. Doch, das reicht, ja. Hä? Hä? Was soll man daran erkennen? Ich erkennt, aber ich weiß... Ja, weil du weißt, was er meint. So, da hat man hier noch so eine schöne Tür. Ja, warte, ich weiß, was das ist, aber... Ach so! Mich schreibt man nie. Mich schreibt man nie. Dann kann man dieses vornere Teil hochheben. Warte, bin ich dumm? Dann kann man dann einfach Autos bereiten, man kann da Menschen selbst sein. Nein! Ach so, du weißt das? Was vorne ist? Nein, ich mein, das komplette Teil hier. Man kann das einfach vorne hochzunehmen, ey. Ich weiß. So. Bagger ist es nicht. Radlader ist es nicht. Also Radlader ist es nicht. Also Radlader ist es nicht. Da fehlt eine bestimmte Sache. Hä? 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 Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, gut. Ich weiß auch nicht. Bulldozer. Bulldozer. Bulldozer ist doch... Nein. Das ist ein Bagger auf Deutsch. Das ist doch kein Bagger auf Deutsch. Das ist doch kein Bagger auf Deutsch. So ähnlich. Google mal die Unterschiede zwischen Bulldozer und Bagger. Okay. Ich sag dazu nichts. Weil wenn ich dazu was sag, ist es zu leicht. Oder Hartmann. Oh, schnitt mal mehr. Dann geht einem Minter aus. Okay, sag mal bei. Bei. Oh, scheiße. Oh, Juck. Oh, Juck. Oh, juck. Oh, juck. Oh, juck. Sag einfach das Wort. Sag einfach das Wort. Sag einfach das Wort. Sag. Ja, Regenwald. Okay. Damit beenden wir das Video. Philipp fliegt sonst in einer Minute raus. Und wir verabschieden uns mal alle. Tschüss. Bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Video.